Hallo, willkommen zu einer Spezialfolge Minecraft zusammen mit Florianix, auch ein Let's Player von der Minecraft VG. Wir haben uns heute einfach mal vorgenommen, diese Welt hier zusammen zu erforschen, die ist ganz neu. Es sind keine Plugins installiert, keine Modes, kein gar nichts. Wir werden hier einfach gucken, dass wir jetzt irgendwie lustig ein bis zwei Stunden hier verbringen und ein bisschen Spaß haben. So, in der Zeit macht er dann auch noch die Begrüßung. Ha, er läuft schon los. Ist übrigens PvP an auf diesem Server. Oh, verdammt, ich beharrte dich. Ouch. Hehe. Okay, dann. Ja, dann, ich geh mal los. Ich geh schon mal Holz. Nein, ich folg dir. Ja, wie immer bei Minecraft zuerst Holzhacken, sich sicher machen, Monster sind an. Ich nehm mal diesen Baum hier auseinander und hau drauf. Bapp, 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 bapp. Bopp. Wie gesagt, diese Welt ist brandneu, es wird nix gemacht. Monster sind übrigens an. Okay. Die Multiplayer haben die Monster so ne Reichweite, oder? Ja. Das wird ja toll. Also ich wär dafür, wir bauen da vorne bei diesem hohen Berg mal was auf. Da wird bestimmt die ein oder andere Höhle sein. Okay. Warum krieg ich immer die großen Bäume? Ja, selbst schuld, die lass ich eigentlich immer stehen und wenn sie im Weg sind, mach ich sie mit dem Feuerzeug weg. Der sah so klein aus. Ja, genau wie unseren schönen Wald da auf unserem Let's Play Server, oder? Aber jetzt. Echt mehr. Jetzt. Was ich daran noch erinnern kann, das war richtig lustig. Oh, eine schöne Ecke. Sehr schön, gefällt mir. Gefällt mir gut. Wie viele Stämme hast du schon? Ich hab schon elf. Äh, ich hab erstmal fünf geerntet, um mich in eine Craftingbox aufzustellen und vielleicht eine Eisen, äh, eine Holzachs zu machen. Ha, Eisen. Ja, mach ich auch mal gleich. Das ist jetzt übrigens die erste Aufnahme, die ihr seht. 1.4. Also mit den Hunden. Äh, im Let's Play werden wir diese Version einfach mal überspringen und wir werden sofort zu einer 1.5 kommen, die heute übrigens auch noch rauskommt an dem Tag. Und wir werden dann gucken, dass wir dann auf dem Server, äh, auf unseren Singleplayer-Spielstand, auf unserem Let's Play-Spielstand gleich loslegen können. Und es wird dunkel. So, da haben wir zwei Spitzhacken. Dann sehen wir doch mal zu, dass wir etwas Holz versorgen. Monster. Jo, jetzt wird's lustig. Ist aber schnell nachgeworden. Oh, ich mach mir ein, wo ist die Kiste? Wo bist du? Ah, da. Ich bin hier oben. Erfennholzstamm. Siehst du mich? Äh, ne, ich seh dich nicht. Also ich bin hier bei dem Hohen Berg jetzt hingelaufen. Achso, oh. Okay, ich versuch mal hinzurennen. Ja, ich seh dich. Ganz hinten. Bis da war schnell hochgerannt. Äh, ja, weil ich damit gerechnet habe, dass es hier momentan dunkel wird. Aber ist schon ein bisschen schnell geworden. Naja, hauptsache es bleibt spannend. So, was wollen die Leute sehen? Wie wird's vermöbelt werden von tonnen den Monstern? Ja, ohne Spaß. Ah, ja, ihr seht jetzt natürlich... Das ist ein schöner Wasserfall von diesem... Jo. ...ichern Berg da. Ihr seht jetzt natürlich nicht viel, weil... Gut, dann bist du da oben, nehm ich an. Ja, ich seh deinen Namen. Äh... Ja, und ich seh schon einiges anderes. Ich seh Skelette... ...und eine Spinne. Zum Beispiel, ich verweckle die Kaktüsse immer mit Creepern. Ähm... Ja, ist das da hinten jetzt ein Creeper oder ein Skeletzer? Könnte auch ein Kaktus sein. Haha. Okay, ich hab jetzt... ...und zwei zum... ...bretten. Soll ich dir das Holz geben, weil ich mach mir jetzt ne... Äh, nö, du brauchst nicht, ich hab genug hier. Ich mach mir ein Schwert. Vielleicht ganz sinnvoll. Ach, ich spamm immer mit F. So. Wie schön, dass hier auch gleich irgendwo Kohle rumliegt. Dass man sich wenigstens eine Fackel machen kann, damit die Leute was sehen. Aber... ...schade. Stein oder so? Dann braucht er keine... ...zumachen. Was hast du gesagt? Du hast grad ziemlich geleckt hier. Äh... ...und die Fackel. Nochmal? Ich... Also bei mir kommt wirklich nur bei dir, äh... ...gelecker an. Hörst du mich denn gut? Yes. Sorry, also ich hör... ...ich hör gar nix. Absolut nichts. Nur... Ja, und da versagt wahrscheinlich grad die Software. ...oder die Hardware. Oh je, da vorne ist ein richtig schönes Lager von Freunden. Creeper, Skelett, Zombie. Ich hoffe, ihr seht das ungefähr, diese Schatten, die da rum... ...trollen, turnen. Jetzt? Etwas besser, ja. Äh... ...ist das... ...die... ...karte so'n Riss. Jetzt hab ich wieder gar nix verstanden. Ich jetzt? Kannst... ...jetzt. Äh, schreib lieber. Also... Nein. ...das hat grad glaub ich keinen Sinn. Geh. Ja, ja. 16.000er Leitung... ...zwei mal... ...Acht-Kern-Prozessor... ...I7... ...Hardcore-Edition... ...zahlt sich aus. Oh Gott. Was sich da vorne alles rumtreibt. Kannst du mich etwa... Ja, jetzt ist wieder okay. Okay, ich darf mich noch nicht bewegen, dann ist alles gut. Oh. Jedenfalls meine Füße nicht, und das mach ich so gut. Oh, da kommt ein Zombie auf uns zu. Ah, doch nicht. Das sind aber... Fällt mir als ein Haufen da. Das ist ein... Das ist eine richtige... ...Gewerkschaftssitzung. So, ich baue auch schon mal hier Sterne ab. Wenn wir schon hier in der Nähe... Ist da so ein Eingang oder ein Gügen? Nur man sieht halt drin nichts, und deshalb warte ich jetzt einfach mal, dass wieder Tag wird. Haha, super. Sitzung der Rentner da unten. Ich baue trotzdem hier schon mal was ab. Dann mache ich mir Steinsperren. Ah! Scheiße. Was war? Ich bin doch runtergefallen. Du schaffst es. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich auch runtergefallen. Wäre nicht schlecht, Schweine zu jagen. Ja, das ist auf jeden Fall. Unsere Energieanzeige ist ziemlich low. Ich habe eine Spinne. Ja? Spinnen sind böse jetzt. Mehrere Spinnen. Super, ich habe eine Holzspitzhacke jetzt an der Spinne kaputt gemacht. So, ich mache mir jetzt eine Steinspitzhacke. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wir werden dasselbe tun. Wir werden uns gleich zwei machen. Ich mache direkt. Okay. So, was? Das Special gibt es dann natürlich auch wieder jeden Tag eine Folge. Die erste Folge ist gleich rum. Mhm. Und ich denke mal, es war schon ziemlich spannend. Boah, die Bagger sind so schön. Oh ja, die sind wirklich toll hier, diese Ecke. Okay, die ist klasse. Da kann man nur das schöne drauf bauen. Ja, nur nicht ganz so hoch halt, weil es schon sehr hoch liegt. Ich baue lieber tief und dann dafür groß und hoch. Hm. Oh ja, da vorne die lustigen Spinnen. Großen Dammut hier. Okay, es wird demnächst sowieso. Ist auch gut so. Joa, auf jeden Fall, dieses Special hatte jetzt schon eine sehr spannende Folge, wo wir quasi nur rumgestanden sind und die Nacht beobachtet haben und die Viecher in der Umgebung, da wir sonst nichts machen konnten. Aber mein Gott, so fängt es halt an. Ich kriege dann dieses Special ab übermorgen zu sehen, da ich morgen wieder den ganzen Tag verhindert bin. Und dann jeden Tag eine Folge und ich hoffe mal, wir kriegen so acht Folgen hier raus. Das wäre auf jeden Fall lustig. Und der Mond senkt sich hinter dem Riesenberg. Langsam. Ich könnte ruhig etwas schneller sich senken. Ich könnte jetzt auch einfach mein Admin... Das Skelett schaut... Oh, Spinnen. Zwei Spinnen und ein Skelett. Naja, die Spinnen werden wir durch den Tagesanbruch leider nicht los. Das Skelett schon. Ja, aber die sind neutral. Immerhin. Hast du noch mal so ein Skelett oder ein Wind? Äh, gesehen habe ich es noch nicht, aber einer bei mir auf dem Server hatte mal das Vergnügen, so ein Vieh zu erlegen. Ich umgele. Und ich mache mal bei mir, wenn sie anflächlich sehe ich dann mehr. Komisch ist es wirklich mehr. Und ich sage mal, ich sehe... Und es leckt auch ganz toll. Also, okay. Da hinten ist noch so ein Wüstberg, so ein kleiner. Habe ich gar nicht viel. Und hier ist einiges in der Nähe. Ist da eigentlich ein Höhneingang da vorne oder so mit einem Berg? Es könnte gut sein, ja, aber... Warten wir erst mal bis es... Ich glaube, dass nur so... Aber vielleicht ein bisschen Kohle drin, damit man mal vorgebande, da unten viele Creeper. Und ich dachte, es wäre nur die Kartlüsse. Ich sehe bereits... Und so wie ich mein Glück kenne, gehen sie gleich alle auf mich los. Okay, gehen wir mal da hin. Vielleicht ist da wirklich Kohle. Joach, warte kurz. Geh schon mal vor. Ich muss mich noch schnell hier für heute verabschieden und die neue Aufnahme starten. So, tschüss dann. Bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank.